Willkommen bei einer weiteren Folge Civilization and Earth. Vermutlich die letzte Folge, vielleicht ist es ja schon zum fünften Mal sogar aufzunehmen, aber immer irgendwie mittendrin immer abbricht. In der Mitte heißt, ja, nach dieser Runde, schon, nach der ersten Runde. Leider. Tja, schade eigentlich, dass man ein Spiel nicht komplett durchspielen kann. Und an Fraps legt es eher nicht, weil das Spiel abschützt und nicht Fraps. Das wird mich und unsere nicht-fandenden Fans sehr enttäuschen. Das sind effektive Luftstreitkräfte. Mein lieber Shoggy. Das sind effektive Luftstreitkräfte. Ihr könnt sehen, er hängt schon ein bisschen. Also irgendwie hängt die Performance auf. So. So. Die hier lang. Den geben wir 14. Gut. Wir arbeiten das hier ganz normal durch. Wurde ab. Ist gestorben, ist gestorben. Unwichtig. Sagen wir hier, okay, wir brauchen dringend Energie. Was am schnellsten geht, sind da einstellig Reliquie. Hier der Reaktor. Hier auch ein Reaktor. Und hier brauchen wir nochmal so ein paar Stücken. So. Den checken wir hier her. Den checken wir hier her. Den auch hier her. Der hält sich aus. Gehen näher ran. So. Und jetzt seht ihr, springt er nicht zur nächsten Einheit, die offenbar die Fehler benötigt. Das ist schon ein Fehler. Wenn ich jetzt draufklicke, dann schlutz das Spiel ab. Und wir sind alle angepisst. Jetzt versuche ich mal Frieden zu schließen, den Kriegsregner. Der Commander. Mitteln in ihr Glas. Keine Chance, okay. Mit dem hier. Keine Kooperation. Auch nicht. Also ich kann nicht viel machen. Mit dem. Mit dem. Und sonstige Brüder im Geiste. Der General Vadim. Unser Erzfeind. Hihi. Oho. Was soll's? Stuczica nischzczyj. A korowy nacznut liet jadzi. Irgendwie ist uns höflich. Nein. Keine Chance. Okay. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss hier draufklicken. Eigentlich mache ich das Spiel vorbei. Ich bin echt, echt sauer. Naja, vielleicht habe ich ja auch Glück. Und ihr spürt das Licht ab. Er springt jetzt dann dahin, wo die Einheit wartet, die Befehle braucht. Müsste irgendwo hier sein. Irgendwo dort sein. Vielleicht ein Handelskonvoi. Vermutlich. Oder irgendein Outroop. Der rumdötelt. Schade. Die Playlist ist vorbei. Ich komme nicht weiter. Let's see what happened. Okay. Er fängt sich. Er läuft. Und wieder springt er nicht weiter zum nächsten Objekt, das Befehle nötigt. Vielleicht muss ich da ein bisschen warten und irgendwas erzählen. Damit er Zeit hat, zu rechnen und sich zu orientieren. Hier. Hier ist ein Hôpitallaser. Ein Slavischer. Mitten in unserem Gebiet. Mein lieber Scholli. Was der wohl mit dem anfangen will. Okay. Na, wenn es jetzt abbricht, dann tut mir das echt leid. Ich habe nichts falsch gemacht. Uh. Ich glaube der General, der... der kommt. So. Bye bye.